Hey Leute, ich bin's mal wieder, euer James Games, willkommen bei einem neuen Vlog. Und zwar dem GoPro-Vlog. Ist das euer Ernst? Ja Leute, ist halt ein Vlog. Mal schauen, was so passiert. Schwimmen kann man heute leider nicht. Ich auch übrigens hier, lol. Weil es ein bisschen zu kühl für schwimmen. Aber ja. Wenigstens haben wir uns hier das krasse Telefon geschenkt. Das habe ich jetzt. Von eins und eins. Fritz Phone. Ja, heute eine Runde GTA 5. Und wir haben hier den neuen Sea Sparrow. Den es jetzt bei Elitas Travel Flugwebsite, glaube ich, gibt. Und ja, wir sehen ihn hier. Ich habe ihn hier ziemlich nice gemacht, weil grau ist die Anfangsfarbe, die ist ziemlich billig. Wer es so nicht bemerkt hat, heute ist natürlich auch hier James Games mit dabei. My lady whiskey. Mit seiner neuen Session. Ja, ist ziemlich krass die Session hier. High quality, neuer Vlog am Start. Genau. Bald kommt auch sein Video zu dem heutigen Tag mit einem neuen Vlog. Äh. Ich werde ihn jetzt einmal kurz anfliegen. Für euch zeigen. Mal ein bisschen, ja, so gucken, was abgeht. Hallo. Ah, da sind noch mehr. Ah. 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 Zugleich ein Controller. Und dann noch fit. Ah. Digga, warum springst du raus? Digga, wo ist das Plane? Guck mal. Ah. 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 I'm stupid. So Leute, jetzt sind wir draußen. Und jetzt sind wir draußen, ja. Ah. Und jetzt, natürlich, das muss natürlich krass sein, deswegen mache ich hier was ganz krasses. Also hier, so eine Schauschel. Es wird einfach mal hier rumgewickelt und jetzt wieder zurück und wieder zurück. Was kann man denn hier draußen machen? Weil Leute, ihr müsst wissen, wir haben jetzt 3 Hours gegamed oder so und jetzt wollten wir halt nochmal nach draußen und irgendwas machen, aber was kann man denn machen? Fällt dir nix ein? Nein. Eisjonge? Ich hab kein Geld, kannst du mir das leihen? Leute, Eisjonge, das ist ein gutes Highlight. Eisjonge, ja? Fährt der Spaß da runter? Eisjonge ist ein Jonge, der fährt in seinem Selfmade Van rum mit Selfmade Eis, das ist tiptop, man sieht es ihm auch an. Aber das Problem ist, der fährt für 3 Sekunden hier hoch immer, immer hier hoch, dann klingelt der und fährt direkt wieder weg eine Sekunde später. Ich bin immer bis zur Ausfahrt gefolgt und die Abgase stinken irgendwie. Der pumpt da halt die Reste von euch. Ja, aber Leute, ich... Meinst du, der kommt weg oder? Bist du dir sicher? Ja. Von da unten kommt man nicht weg, der kommt doch hin. Ja, da muss man aufhalten. Digga Eger Perspektive im Prinzip. Ah, da seht ihr ihn. Eis. Jetzt klingelt er. Hallo. Ähm, ich nehme heute das Bananensplitt wieder. Und du, das Kugel nehme ich an, oder? Ja, ich nehme auch noch. Ne, also wir nehmen ein Bananensplitt und einmal zwei Kugeln, aber ja. Ja, auch Bananensplitt. So, haben wir mal die Bananen gerecht? Was? Genau, ähm. Was kriegst du auf Eis? Haselnuss. Haselnüsse. Was ist Malaga? Haha, Malaga. Was? Rosenen und Jamaika rum. Rum aus Jamaika. Schnaps. Ah, und dann nehmen du gerade Kirsch. Kirschjoghurt. Und Schokolade. Und zwei Kugeln, oder? Ja, genau. In der Waffel oder im besten? Waffel, oder? Waffel? Ja, Waffel. Kann man machen. Schokolade. Schoko. Langsam zu Ende. Heute ist es komisch kalt geworden, gell? Ja, auf einmal, da merkt man, haben die Schokoladensoße. Normalerweise, wenn es warm ist, ist es viel flüssiger, weißt du? Ja. Aber so ist es. Ah, ja. Ja. Das ist Gastronomie-Sahne. Ja, die ist immer besser, oder? Ich kriege nichts überall, weißt du? Ja. Ist du okay, Sir? Ja, super. Bitteschön. Das Geld, wenn ich das gleiche nehme, oder? Ja, dann hätte ich auch gern einen. Das ist großartig. Zum Glück. Ja, zum Glück. Wo ich jetzt kein Geld dabei habe. Danke. 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 Danke dir. Also, another one. Was für Eis nehmen wir denn? Was war noch mal? Schokolade? Ja. Joghurt, Kirsch, glaube ich. Und was war noch? Äh, und sonst? Was machst du? Erd, Zitrone, Vanille? Ja, Vanille noch. So. Zack, 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 zack. Wie ihr habt, ne? Perfekt. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Und schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal, gell? Bis zum nächsten Mal, gell? Danke. Tschüss. Schönen Abend noch. Yo, Leute. Guckt euch das an. Wie geil. So, Leute. Jetzt wird's gegönnt hier. Richtig geil. Hoffentlich geht's nicht auf die GoPro hier. Schon die Waffel hier. Insane Waffel einfach. Da fährt er, Leute. Eis hier. Ja, Leute. Also, danke fürs Zuschauen auf dieses Vlogs. Ich hoffe, euch hat's natürlich gefallen. Liken! Abonnieren! Genau, wegen Eisjunge. Besonders, der hat ja das Ganze irgendwie gerettet sogar. Und ja, natürlich, falls das Gameplay-Video von GTA jemals auf Linus' Kanal kommt, dann... Ja, natürlich. Jetzt aktiv. Ja, in einem Jahr wahrscheinlich. Na, jetzt wird schon was gemacht. Jetzt öfter Gaming aufnehmen. Ja, jedenfalls abonnieren. MC Zockdog hier abonnieren. Kommentar da lassen. Ah lassen. Und Instagram. Und Snapchat. Und... Beat. Yo. Meet. Wenn ihr versteht, was ich weiß. Yo, Leute. Schönen Abend. Macht's gut. Ciao.